Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 124 Nummer 124 Der moderne Darts-Sport entstand vor über 100 Jahren in England. Der moderne Darts-Sport entstand vor über 100 Jahren in England. Ich habe das Auto auf einer Auktion gekauft. Es hat nicht viel gekostet. Ich habe das Auto auf einer Auktion gekauft. Es hat nicht viel gekostet. Ich kaufe die Auto auf einer Auktion. Das hat nicht viel gekostet. Arbeitshandschuhe aus Leder sind wichtig zum Schutz der Hände. Arbeitshandschuhe aus Leder sind wichtig zum Schutz der Hände. Ich benutze eine Stoppuhr, um die genaue Zeitdauer zu messen. Ich benutze eine Stoppuhr, um die genaue Zeitdauer zu messen. Ich benutze eine Stoppuhr, um die genaue Zeitdauer zu messen. Ich benutze eine Stoppuhr, um die genaue Zeitdauer zu messen. Wir fahren mit dem Auto. Die Außentemperatur beträgt 14 Grad Celsius. Wir fahren mit dem Auto. Die Außentemperatur beträgt 14 Grad Celsius. Wir fahren mit dem Auto. Die Außentemperatur beträgt 14 Grad Celsius. Jeder Handwerker braucht Qualitätswerkzeuge, um zu arbeiten. Jeder Handwerker braucht Qualitätswerkzeuge, um zu arbeiten. Jeder Handwerker braucht Qualitätswerkzeuge, um zu arbeiten. Jeder Handwerker braucht Qualitätswerkzeuge. Bisher habe ich nur einen einzigen Pokal gewonnen. Bisher habe ich nur einen einzigen Pokal gewonnen. Der Meister schreibt die Bestellung übersichtlich auf, damit nichts vergessen wird. Der Meister schreibt die Bestellung übersichtlich auf, damit nichts vergessen wird. Ich weiß nicht, wie alt der Globus ist. Er stammt aus dem Besitz meines Großvaters. Ich weiß nicht, wie alt der Globus ist. Er stammt aus dem Besitz meines Großvaters. Ich weiß nicht, wie alt der Globus ist. Er stammt aus dem Besitz meines Großvaters. Ich weiß nicht, wie alt der Globus ist. Er stammt aus dem Besitz meines Großvaters. Mein Hund liebt Tennisbälle. Ich werfe sie und er freut sich, wenn er sie wieder zurückbringt. Mein Hund liebt Tennisbälle. Ich werfe sie und er freut sich, wenn er sie wieder zurückbringt. Mein Hund liebt Tennisbälle. Mein Hund liebt Tennisbälle. Ich werfe sie und er freut sich, wenn er sie wieder zurückbringt. Mein Hund liebt Tennisbälle. Ich werfe sie und er freut sich, wenn er zurückbringt. Der Kompass stammt von einem alten Segelschiff. Der Kompass stammt von einem alten Segelschiff. Wir schaffen neue und bessere Wege, um effektiver zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Wir schaffen neue und bessere Wege, um effektiver zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Wir schaffen neue und bessere Wege, um effektiver zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Wir schaffen neue und bessere Wege, um effektiver zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Der Spieler hat genau in die Mitte getroffen. Er hat gewonnen. Der Spieler hat genau in die Mitte getroffen. Er hat gewonnen. Meine Jeans hängen immer ordentlich auf einem Kleiderbügel. 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 Die Flagge Kanadas zeigt ein Ahornblatt. Die Flagge gibt es seit dem 15. Februar 1965. Die Flagge Kanadas zeigt ein Ahornblatt. Die Flagge gibt es seit dem 15. Februar 1965. Die Flagge gibt es seit dem 15. Februar 1965. Na Prapori Kanada zobraženo klenowy list. Prapor isnuye z 15.06.1965 roku. Ein übermäßiger Verzehr von Chips erhöht das Risiko für Übergewicht. Ein übermäßiger Verzehr von Chips erhöht das Risiko für Übergewicht. Ein übermäßiger Verzehr von Chips erhöht das Risiko für Übergewicht. Ich habe mir zu Hause einen kleinen Arbeitsplatz eingerichtet. Ich habe mir zu Hause einen kleinen Arbeitsplatz eingerichtet. Am Vatertag gibt es ein kleines Geschenk für meinen Vater. Am Vatertag gibt es ein kleines Geschenk für meinen Vater. Am Vatertag gibt es ein kleines Geschenk für meinen Vater. Manschettenknöpfe tauchten erstmals im frühen 17. Jahrhundert in Europa auf. Manchettenknöpfe tauchten erstmals im frühen 17. Jahrhundert in Europa auf. Manchettenknöpfe tauchten erstmals im frühen 17. Jahrhundert in Europa auf. Manchettenknöpfe tauchten erstmals im frühen 17. Jahrhundert in Europa auf. Danke sagen ist einfach, denn es kostet nichts und macht glücklich. Danke sagen ist einfach, denn es kostet nichts und macht glücklich. Danke sagen ist einfach, denn es kostet nichts und macht glücklich. Du solltest mehr trinken. Hier ist ein Glas Wasser. Du solltest mehr trinken. Hier ist ein Glas Wasser. Du solltest mehr trinken. Hier ist ein Glas Wasser. Du solltest mehr trinken. Eine alte Eiche steht allein in der Mitte eines Feldes. Eine alte Eiche steht allein in der Mitte eines Feldes. Eine alte Eiche steht allein in der Mitte eines Feldes. Eine alte Eiche steht allein in der Mitte eines Feldes. Du solltest mehr trinken. Du solltest auch ein Glas türkischen Tee trinken? Möchtest du auch ein Glas türkischen Tee trinken? Und wie hätten Sie so warmes Eiche erwarteter auch viel anfänglich ist? Zu so warmem Winter ist Eis die richtige Erfrischung? bei so warmem Winter ist Eis die richtige Erfrischung? Kommst du mit in diesen Laden? Ich würde gerne die Schuhe anprobieren. Ich brauche Benzin. Der Tank ist leer. Ich brauche Benzin. Der Tank ist leer. Das habe ich nicht bestellt. Die Pizza hat den falschen Belag. Das habe ich nicht bestellt. Die Pizza hat den falschen Belag. Die Pizza hat den falschen Belag. Wo kann man hier Badminton spielen? Ich bringe Federball und Badmintonschläger mit. Jetzt kommen einige Wiederholungen aus den vorherigen Folgen. Im Juli sind Sommerferien. Viele Menschen fliegen in den Sommerurlaub. Ich habe dir einen neuen Schlüsselanhänger mit Lederschlaufe gekauft. Ich habe dir einen neuen Schlüsselanhänger mit Lederschlaufe gekauft. Ich habe dir einen neuen Schlüsselanhänger mit Lederschlaufe gekauft. Ich habe dir einen neuen Schlüsselanhänger mit Lederschlaufe gekauft. Das ist genau meine Meinung. Du musst es so machen. Das ist genau meine Meinung. Du musst es so machen. Das ist genau meine Meinung. Du musst es so machen. Hast du meine Strandschuhe gesehen? Ich kann sie nicht finden. Hast du meine Strandschuhe gesehen? Ich kann sie nicht finden. Hast du meine Strandschuhe gesehen? Ich kann sie nicht finden. Du hast meine Strandschuhe gesehen. Ich kann sie nicht finden. Wann hört der Preisanstieg endlich auf? In letzter Zeit muss ich immer mehr Geld für Benzin ausgeben. Wann hört der Preisanstieg endlich auf? In letzter Zeit muss ich immer mehr Geld für Benzin ausgeben. Wann hört der Preisanstieg endlich auf? In letzter Zeit muss ich immer mehr Geld für Benzin ausgeben. Schach kann man überall spielen, sogar auf einer Holzbank. Schach kann man überall spielen, sogar auf einer Holzbank. Diese beiden Figuren werden in einem Geschäft auf der anderen Straßenseite als Dekoration für Halloween verkauft. Diese beiden Figuren werden in einem Geschäft auf der anderen Straßenseite als Dekoration für Halloween verkauft. Diese zwei Figuren verkauft. Sie verkauft. Sie verkauft. Ich habe ihn schon lange. Der große Holzkamm ist gut für meine Haare. Der große Holzkamm ist gut für meine Haare. Ich habe ihn schon lange. Ich habe ihn schon lange. Bitte unterschreiben Sie das Formular an dieser Stelle. 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 Ich habe ihn schon lange mit speziellem Schmerz. Ich habe ihn schon lange mit speziellem Schmerzen. Gestern wurden die Fenster geliefert. Die Dämmung der Fassade wird erst in zwei Monaten durchgeführt. Gestern wurden die Fenster geliefert. Die Dämmung der Fassade wird erst in zwei Monaten durchgeführt. Wie knappe, was liefst. Die Dämmung der Fassade wird erst in zwei Monaten durchgeführt. Meine Zunge ist viel größer als deine. Meine Zunge ist viel größer als deine. Meine Zunge ist viel größer als deine. Erdbeerlimonade mit Eis ist bei diesem warmen Wetter das perfekte Getränk für mich. Erdbeerlimonade mit Eis ist bei diesem warmen Wetter das perfekte Getränk für mich. Ich wasche meine Hände im Badezimmer unter fließend warmem Wasser. Ich wasche meine Hände im Badezimmer unter fließend warmem Wasser. Ich wasche meine Hände im Badezimmer unter fließend warmem Wasser. Ich muss hier draußen frühstücken. Wir haben keinen Ruheraum. Ich muss hier draußen frühstücken. Wir haben keinen Ruheraum. Ich muss hier draußen frühstücken. Wir haben keinen Ruheraum. Du solltest spätestens um halb acht abfahren, damit du pünktlich im Büro bist. Wойти потрібно не пізніше 7.30, щоб вчасно потрапити в офис. Oma strickt warme Socken für die Kinder aus Wollresten. Jedes Paar sieht anders aus. Oma strickt warme Socken für die Kinder aus Wollresten. Jedes Paar sieht anders aus. Oma strickt warme Socken für die Kinder aus Wollresten. Jedes Paar sieht anders aus. Oma strickt warme Socken für die Kinder aus Wollresten. Ich habe noch eine wichtige Frage zu diesem Thema. Ich habe noch eine wichtige Frage zu diesem Thema. У меня еще одно важливое питание на эту тему. Meine Großmutter braucht eine neue Brille. Sie geht zum Optiker. Die Puzzleteile liegen auf dem Fußboden. Die Puzzleteile liegen auf dem Fußboden. Mein Vater und ich sammeln sie auf. Die Puzzleteile liegen auf dem Fußboden. Mein Vater und ich sammeln sie auf. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns bitte ein Like. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns bitte ein Like. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlicht können. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlicht können. Untertitelung des ZDF, 2020